Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind hier immer noch im Schlafzimmer und wir wollen es verlassen. Also raus aus der Hütte, schwupp. Dann holen wir dann mal ab. Wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sah dir das als vor. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Schau an. Aha. Das ist ja spannend, was der Herr Barry da von sich gibt. Die Goldenen Colts würde ich gerne haben. Ja, ja, ja. Sie tut deiner Karriere nicht gut. Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Na, gucken wir doch mal. Lass uns. Yeah. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch, The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Glauben Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag ja eben, dass du nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen, den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Das knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben müssen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Und tschüss. Nein, im Ernst. Sieben Jahre und sechs Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepedrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen. Es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepedriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Cases Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Wernetour bis langsam? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich offen gemacht. Jede Menge Partys und... Sie hatten sich mit einem Papagazzo kippen. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerast. Ja, das war nicht Bull. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuerster Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen. Die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake. Schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Danke. Und für die Musik saugt mir die Band Poets of the Forum. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte mir, dass ich damit reden konnte. Hey, Jack. Hast du dir die Show angesehen? Ich habe nichts Stämliches gesagt, falls du das weißt. Und wo, du wofür? Willst du eine Aspe hin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Ich hätte ihren Rat befolgen sollen. Aber plötzlich war ich... Was? 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 Hübsche Sonnenbrille. Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht. Und du bist morgens um sieben aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour. Sie ist außer Kontrolle. Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. In Night Springs. Ach nee, Quatsch. Am Cauldron Lake. Die sind schon ein niedliches Pärchen. Haben beide den gleichen schläfrigen Blick. Bright Falls, der Präsent. Tag. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht. Und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Bleib locker, Barry. Ich komme wieder. Wir sehen uns später. Das ist ein echt, echt schönes Spiel. Mit super schönen Cutscenes. Also in der Gegend würde ich auch super gerne wohnen wollen. Ach ja, ich bin ja so ein Berge-Fan. Hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf. Von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartmann behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Gut. Dann wollen wir doch mal zum Cordon Lake gelangen. Hier fahren. Sehr schön. Bäm, bäm. Need for Speed für Arme. Falls irgendjemand links und rechts irgendwas blitzen sieht, bitte Bescheid sagen. Einfach mal kräftig schreien oder auf Facebook posten. Hey, was da was vergessen? Ich mag den Roten lieber. Kontrollpunkt erreicht. Mhm. Oder komme ich hier gar nicht weiter? Doch, komme ich. Siehste? Der Rot, der sieht auch viel schicker aus, muss ich sagen. Das ist ja fast wie bei GTA. Kannst du alle Wagen nehmen, die ist hier so... Oh, der hat auch viel mehr Bums hinter. Oh, ah, oh mein Gott. Und ist schon wieder fast damaged. Hat schon wieder eine Beule. Wie von wegen Bums. Der klingt nur anders. Und zieht ein bisschen... Besser an. Wir testen hier mal jedes Auto durch. Ach, dann den hätte ich vielleicht stehen lassen sollen. Ah, vielleicht kann man mit ihm besser driften. Zum Cordon Lake. Was soll das denn? Gut, also komme ich da nicht rein zum Bayern-Test. Obwohl, gucke mal. Kommst du hintenrum rein, wa? Ha. Mitgenommen. Ein Käffchen. Kommst du hier echt nicht rein? Ah, die haben da drin Räumchen gebaut. Habt ihr da gesehen? Das sieht doch aus, als ob sie hier drin sind. Guck doch. Hm, naja nicht. Gut, dann mal ab in den Tunnel. Bright Falls and Deer Festival. The Annual. Da geht's auch runter. Hoffentlich kann ich jetzt wieder mitten am Auto fahren. Und wie soll ich keine Taschenlampe? What? Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Kann ich hier fahren? Hm. Ich brauch Licht. Ich werde ihre Frau töten. Du kannst mich mal. Du nimmst die Finger von hier. Wow. Special Move. Nichts leichter als das. Gibt es hier irgendwo einen Bunni? Sprach der Labe. Ich kann nicht mehr. Hm? Na klar. Ist er. Typisch. Ah, sehr gut. Gib ihm. Warum ist es schon wieder so finster, ey? Hast du nicht gerade deinen Clicker genutzt? Hier stehen überall Autos. Die kann ich alle nutzen. Finde ich super. Ja, ja. Schüsse. Bäbzen. Bäbzen. Huch, huch, huch. Ne, ich gehe nicht mal an. Wo muss ich eigentlich hin? Zum Colton Lake? Ach. Ähm. Was passiert, komm mal wenn? Ich da mal einen Bunni auflade. Also wir machen eins, wir laden mal kurz den Bunni auf. Vielleicht haben wir ja noch einen Checkpoint, den wir gleich mitnehmen können. Und dann hüpfe ich mal mit dem Auto da runter. Dafür ist es doch gemacht. Batterien und Revolver-Munni. Sehr gut. So. Schwupp. Was ist hier? Nüch, doch, da habe ich Jagd gewersehen. Ne, ne Schotty. Nehme ich auch mit? Sag ich doch nicht nein. Hier, untersuchen. Der Unterschrift im Motelregister zufolge hat der Agent Nightingale hier gewohnt. In Zimmer Nummer 2. Aha. Das Majestic-Motel. Allgemeine Informationen. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von 100 Dollar an. Wir akzeptieren für führende Kreditkarten. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So. Huch. Ah, Thermosflasche im Klo versteckt. Ist egal. Ich habe keine Ekelgrenze. Ich nehme alles und nix auf alles. Hm. Huch. Zimmer Nummer 2. Was ist das? Stehen irgendwo Zimmernummern dran? Äh. Mal ganz entspannt hier, ja? Lol. Ist das jetzt immer Nummer 2? Mit Fotos von Meles? Jo. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Immer die schöne Harfe im Hintergrund. So, hier ist dicht. Und ich glaube, wir werden morgen mal weitermachen. Wie wohl? Ich hätte es geglaubt. Puh, Juti. Also, in dem Sinne, Tschüsschen mit Küsschen. Wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, da hinten ist Munition, da hinten ist Money. Wenn es euch gefallen hat, Dörmchen nach oben. Oder lasst mir einen leckeren Kommentar da. In dem Sinne, wir sehen uns morgen. Wir gruseln uns morgen weiter. Tschüss.